und hier mit herzlich kommst du rück zu pokémon travel fahr mir mit level 56 an bameleon meistere die stufe in 16 zügen er muss machbar sein muss machbar sein ich habe direkt auch eine gute der hat wieder meine kombo ruiniert so geht es eben auch hat einfach meine kombo ruiniert so konzentration please schön 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 gut 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 So, dann mit Bergen-Bammelinats fertig. Stufe 57, Bester Pokémon, Schillok. Meistere die Stufe in 15 Zügen. Schön, schön, schön. So. 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 Meistere die Stufe in neun Zügen. Ich habe die Stufe in neun Zügen. oh das war knapp das war jetzt Glück das war Glück heute möchte es nicht so mit meinem glück beim pokémon fangen so wenig der vorigen part du warst der beste stufe 59 pflanzen pokémon wie sagt knosp maximal die stufe in drei zügen durch fünf züge das sieht man die gute konto gesehen ok 40 aber besser 800 münzen ausgedeben ist ein leben zu verlieren ok war ja klar war doch sowas von klar level 60 stufe 60 nummer pokémon mega schlapp schlapp meisterin stufe 20 zügen mega schlapp du bist schlapp 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 station Schön, schön, schön. So. Oh, das wird eine knappe Kiste. Oh, das wird eine knappe Kiste. Oh, das ist ein mega guter Kombo, das ist ein mega guter Kombo, das ist ein mega guter Kombo. So. Und mit etwas Glück könnte man es noch schaffen. Aber nur mit etwas Glück und ich glaube, das Glück ist nicht auf meiner Seite. Ah, nein. Menno. Ja, komm. So was sag ich jetzt nicht. Nein. Ich hab wieder einen Knocker verschwendet. YOLO Du hast einen Knocker. Also theoretisch hab ich keinen Knocker verwendet. So und jetzt zum Abschluss eine Zusatzstufe. Stufe 2 Brutum Elektro-Pokémon Zeitlimit 1. Okay. Ich pack diese Zeitlimit Level nicht. So. So. Gut. Gut. So. Schön. Das sieht nicht gut aus hier. Ich bin dafür noch nicht geeignet. Ja. Äh. Nö. Aber ich sag mal an dieser Stelle danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Shuffle. Traktisch. so